Das Jugend-, Bildungs- und Freizeitzentrum Ronneburg ist ein beliebtes Ziel für Schulen, Vereine und Verbände, die ihre Freizeit aktiv und abwechslungsreich gestalten wollen. Inmitten einer reizvollen Hügellandschaft in nächster Nähe der historischen Ronneburg erwarten Gäste neben dem abwechslungsreichen Freizeit- und Sportangebot auch ideale Voraussetzungen für Seminare, Schulungen und Tagungen. Um uns für die nächste Saison bestmöglichst vorzubereiten, finden wir hier am DFB-Stützpunkt in Ronneburg beste Rahmenbedingungen vor. Wir trainieren Technik und Kondition, um nächstes Jahr vorne mitzuspielen. Hallo, ich bin Julia. Wir sind mit unserer Schulklasse heute hier angekommen und ich finde es hier total cool. Wir haben tolle Zimmer mit bequemen Betten, einen großen Waschraum und viel Platz zum Spielen. Ein neues Gästehaus bietet durch seine Aufteilung der Wohneinheiten in Kombination mit dem Seminar- und Aufenthaltsraum die perfekte Umgebung für ihre Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen. Nicht nur das tolle Ambiente, sondern auch das abwechslungsreiche Essen ist mir bei einer Tagung sehr wichtig. Für die Sport- und Freizeitpädagogische Arbeit stehen den Gästen ein Hallenschwimmbad, eine Sporthalle mit entsprechender Ausstattung, ein Stadion mit 400 Meter Kunststofflaufbahn und Leichtathletikanlagen, ein Rasensportplatz sowie ein Kunstrasensportplatz zur Verfügung und Laden zum Austoben ein. Für mich ist Bewegung sehr wichtig und hält mich fit, aber natürlich darf die Entspannung auch nicht zu kurz kommen. Und hier kann man wirklich gut entspannen. Der Freizeitgestaltung sind kaum Grenzen gesetzt. Auf unsere kleinen Gäste warten außerdem ein Spielplatz und eine große Spielwiese. Grillmöglichkeiten an jedem Gästehaus sowie ein Lagerfeuerplatz runden unser Freizeitangebot ab. Wir freuen uns auf Sie!